Nährstoffmängel, Umweltbelastungen, Ernährungsfehler par excellence, Darmbelastung, die schlechtesten Mikrobiomuntersuchungen. Und da haben wir katastrophalste Werte bei den Kindern. Erkrankungen, sehr häufig wie Neurodermitis, Aufmerksamkeitsstörungen, immer wiederkehrende Infekte, auch ein pfeifisches Drösenfieber, was sich sehr stark auswirkt, wovon die Kinder sich kaum mehr erholen, Antriebslosigkeit, Wachstumsschmerzen und so weiter, Glutenunverträglichkeit und eine Milcheiweißunverträglichkeit. Welchen Umweltfaktoren sind deine Kinder ausgesetzt? Was brauchen deine Kinder an Nährstoffen, gerade in der heutigen Zeit? Darüber spreche ich heute mit dem Arzt Günther Karl Hartner, dem Gründer von Kamananda ganzheitlich gesund. Und mein Name ist Klaas Krüger und zusammen mit meiner Frau betreibe ich das Gesundheitsportal Sei Stolz auf Dich. Karl, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Hallo Klaas, freut mich. Karl, ich habe es ja gerade schon gesagt, heutzutage sind unsere Kinder ja stärkeren Einflüssen ausgesetzt, als das früher noch der Fall war. Sei es Umweltgifte, seien es vielleicht Strahlung, aber auch Belastungen durch Erde, Trinkwasser. Auch in Lebensmitteln sind nicht mehr die Nährstoffe enthalten, wie es früher einmal war. Wie ist da deine Erfahrung als Arzt? Ja, da sind wir beide, Klaas, du und ich sicherlich noch in unserer Kindheit etwas gesünder aufgewachsen. A, hatten wir nicht diesen Elektro-Smog, Handy-Strahlung, WLAN-Strahlung. B, waren die Umweltgifte tatsächlich die Toxine, die Umweltbelastung noch nicht so groß wie heute. Und auch die Nährstoffmängel tatsächlich, laut Studien, habe ich ja auch schon Videos hier auf YouTube eingestellt und die Studien gezeigt, waren deutlich besser. Also wir hatten eine bessere Nährstoff-Situation damals. Das hat sich ja in den letzten 30, 40 Jahren gravierend geändert, leider. Das muss man so sagen. Und wir sehen das eben auch in den Untersuchungen im Labor. Wir testen ja auch unsere Kinder, kleinen Patienten in Laboruntersuchungen, ganz regelmäßig, schon lange. Und wir sehen da gravierende Mängel. Und dann sehen wir im Gegenzug natürlich solche Erkrankungen, sehr häufig wie Neurodermitis, Aufmerksamkeitsstörungen, ADHS, immer wiederkehrende Infekte. Auch ein pfeifersches Drösenfieber, was sich sehr stark auswirkt, wovon die Kinder sich kaum mehr erholen, haben wir schon oft gesehen. Antriebslosigkeit, Wachstumsschmerzen und so weiter. Und ja, dann ist die Frage, warum kriegen die Kinder das? Ja, du hast die Kunde schon genannt. Nährstoffmängel, Umweltbelastungen, Ernährungsfehler par excellence, Darmbelastung, die haben meistens ein sehr schlechtes Mikrobiom auch im Labor getestet. Und da sollte man dann, oder darf man als Therapeut dann drauf eingehen. Kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, was so die ganz typischen Mängel auch eben sind, die du eben im Mikrobiom, im Blut feststellst und auch eben gerade das wichtige Thema Ernährung? Ja, also was wir sehen zum Beispiel in den Mikronährstoffen oder auch Makronährstoffen, also ich zeige mal die wichtigsten auf von mir, eigentlich zu 100% starke Mängel sehen, ist Selen, Zink, Omega-3-Fette bei den Kindern und Vitamin D. Diese drei, diese vier, fallen es ad hoc ein. Häufig auch Vitamin C und die B-Vitamine. Und im Mikrobiom, das ist ganz schlimm. Also die im Prinzip haben die Kinder, die mit, sage ich mal, die schlechtesten Mikrobiomuntersuchungen. Also da sind zum Teil schon Darmentzündungen da. Was wir ganz häufig sehen, ist natürlich eine Glutenunverträglichkeit und eine Milcheiweißunverträglichkeit. Das überprüfen wir ja auch ganz häufig. Das sind also auch Ernährungsfehler und zurückzuführen auf ein gestörtes Mikrobiom, auf ein Licky-Gatz-Syndrom. Und wir sehen auch häufig schon im Darm Entzündungen. Wir haben auch schon viele, schon pro entzündeten Darm kann man ja alles in den Laborwerten dann verifizieren. Und es sind schon natürlich keine guten Voraussetzungen für eine, ja, wenn Kinder, die gehen ja in das Leben hinein, die wachsen erst mal und dann gehen sie in ihr Leben hinein. Das ist keine gute Voraussetzung für ihre Gesundheit. Wir sehen auch mittlerweile viele, leider viele zu dicke Kinder auch schon mit zum Teil Insulinresistenzen. Also schon ein Prä-Diabetes sehen wir auch häufig. Ja, also das, was auch früher als Altersdiabetes bezeichnet wurde, was heute auch bei Kindern mittlerweile schon festgestellt wird. Du hast gerade gesagt, auch schon entzündliche Prozesse, Licky-Gatz, also durchlässiger Darm. Also alles Erkrankungen, die man eigentlich früher mit älteren Menschen verknüpft hätte, wo man gesagt hätte, okay, das liegt eben am Alter. Das ist eben einfach so. Das stellst du mittlerweile auch schon bei den Kindern fest. Das ist sehr erschreckend. Bis hin zu wiederkehrenden Herpes-Infektionen, natürlich. Also es ist schon erschreckend, ja, dass die Kinder wirklich, finde ich jetzt, deutlich kränker geworden sind, wenn man das so mal betrachtet. Da kann man auch jeden Kinderarzt fragen, der einigermaßen reflektiert ist. Also ich kenne ein paar, die das einem dann auch bestätigen. Die sehen ja nur Kinder. Die haben natürlich noch viel mehr Kinder als Patienten wie wir. Also wirklich erschreckend, nicht nur eben, dass da Nährstoffmängel sind. Du hast es gerade genannt, Selen, Zink, Omega-3, Vitamin D, C, B-Vitamine auch. Ernährung haben wir jetzt gerade gesagt, dass eine mangelhafte oder falsche Ernährung, muss man eigentlich ja schon sagen, nicht kindgerechte Ernährung. Was kannst du vielleicht nochmal auch zu den Umweltgiften sagen? Du hast ja gerade ja eben die Handystrahlung ja auch erwähnt. Das hat es ja zumindest in unserer Kindheit ja überhaupt noch nicht gegeben. Gut, ich meine, das mit der Handystrahlung ist halt eine ganz, ganz schlimme Sache für die Kinder. Ich habe ja selbst einen Sohn und du hast, glaube ich, drei Kinder, so viel ich weiß. Ja, genau, also du weißt es auch. Ich habe hier auch so ein Handy-Strahlungsmessgerät. Kann man dann gucken, das sollte im grünen Bereich sein. Wir sitzen hier natürlich auch in der starken Strahlung drin. Wenn man das direkt ans Handy hinhält, dann geht es ganz hoch. Und die Kinder, die dann am Handy oder am Tablet sitzen, die haben die ganze Zeit diese Strahlung. Natürlich auch das toxische Licht, der Bildschirm und dann natürlich die Umweltgifte. Ich meine, Glyphosate, Pestizide, Herbizide, Fungizide, auch die Umweltgifte, die die Kinder von der Mutter schon bekommen haben. Es gibt neue Studien, dass in der Nabelschnur über 200 verschiedene Toxine enthalten sind in der Geburt. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, wie stark die Mutter belastet ist. Die gibt es dann in der Schwangerschaft auf ihr Kind weiter. Die kommen also schon mit einer Belastung auf die Welt. Und das ist einfach keine gute Voraussetzung. Und da kann aber viel getan werden. Und da kann also mit der Ernährung, also ich empfehle meinen Patienten, kann ich mal sagen, was ich so als Basis mache, das Gluten mal stark zu reduzieren. Also nicht so viel Gluten zu essen und auch die Milchprodukte stark zu reduzieren. Nicht so viele Milchprodukte. Das ist mal das Allererste. Darf ich da kurz einhaken, Karl? Du sagst, Gluten, also das, was eigentlich wir jeden Tag essen. Brot, Brötchen, Nudeln, Pizza, all diese Sachen, was Kinder ja lieben, gerne essen, sagst du erstmal reduzieren. Reduzieren, nicht ganz weglassen, das schaffen wir nicht, aber auf jeden Fall reduzieren. Wer es sicher gehen möchte, der kann auch die Weizenkeimagglutinin testen lassen. Und die Glutenunverträglichkeiten, da gibt es verschiedene Untersuchungen im Labor, die sind überhaupt nicht teuer. Die kosten nicht viele. Und dann ist man da nochmal auf der, in Anführungszeichen, verifizierten, sicheren Seite. Genau das gleiche mit Milchprodukten, was viele Kinder zu sich nehmen. Und natürlich zu viel an Zucker, an schlechten Kohlenhydraten. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn man so einen Softdrink zum Beispiel nimmt, ein halber Liter, der hat ja meistens dann schon 50 oder 60 Gramm Kohlenhydrate, nur ein Drink. Das ist eine Katastrophe. Wenn ich Kinder solche Softdrinks trinken sehe, im Restaurant oder weiß Gott wo. Ich nenne es mal keine Namen, wo man das häufiger sieht. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, Glas, wo. Und die sitzen da vor ihrem riesen Becher Softdrink und essen da noch hier Pommes und so weiter. Da wird es mir immer ganz anders. Und das Problem ist ja auch, dass die schlechten Fettsäuren, wir brauchen ja gute Fettsäuren für unsere Zellmembranen und Mitochondrienmembranen. Und die bauen sich dann da ein. Das testen wir auch im Labor. Wir testen ja die Fettsäuren in den Membranen im Labor, in den Zellmembranen. Und da haben wir katastrophalste Werte bei den Kindern. Also wirklich katastrophalste. Das ist wie, wenn man ein Auto nimmt und die Autotüre und das Dach, das Schiebedach, das ist nicht mehr dicht. Wenn es regnet, dann regnet es rein und das Auto geht dann kaputt. So stelle ich mir das dann immer vor. Okay. Das ist einerseits erschreckend. Und auf der anderen Seite hast du ja auch gesagt, gibt es eben viele Möglichkeiten, was wir machen können. Das ist einmal auf der Mikronährstoffebene eben zusätzlich eben die Kinder eben mit den richtigen Nahrungsergänzungsmitteln eben versorgen, was sie über eine normale Ernährung sonst nicht zu sich nehmen. Das andere ist natürlich eben schauen, was für Makronährstoffe nehme ich überhaupt zu mir, wenn Kohlenhydrate dann möglichst komplex und gesunde Kohlenhydrate ballaststoffreich natürlich auch. Und ja, eben das Thema Umweltgifte, soweit es geht, reduzieren. Genau. Einfach mal reduzieren. Genau. Und auch wenn, gerade wenn eine Neurodermitis da ist, nach Toxiden schauen und nach chronischen Herpes-Infektionen, die hier schon eine Rolle spielen können. Und beim ADHS sind es häufig wirklich Mängel, Mängel, Mängel. Da gibt es auch noch andere Gründe. Gut, aber da kann ich jetzt in der Kürze der Zeit nicht darauf eingehen. Aber wenn man zum Beispiel als Eltern einfach mal sagt, wir reduzieren das Gluten, wir reduzieren die Milchprodukte, wir schauen, dass wir gesunde Kohlenhydrate essen. Es darf auch mal Ausnahmen bestätigen, die Regeln, sie dürfen schon mal auch mal Schokolade essen, aber dann eben auch mit den Getränken den gesünderen Weg zu gehen und so weiter. Und einfach auch ein paar Mikronährstoffe substituieren. Und das ist gar kein Ding. Da glauben die meisten, die Kinder müssten Kapseln einnehmen. Das ist ein völliger Humbug. Es gibt mittlerweile, auch für Kinder sogar, Drinks, solche Mischungen. Die schmecken super lecker. Es gibt, wir haben zum Beispiel immer ein Gummibärchen, eine gute Firma. Die stellen also vegane Gummibärchen her, ohne Zusätze, künstliche. Die sind gut dosiert. Die gebe ich mal einem jungen Patienten. Die Eltern sagen, alles super, mögen sie. Und wir testen das Labor nochmals. Und dann haben die relativ gute Werte, auch wenn eine HPU oder KPU kann dahinter stecken, haben auch viele Kinder. Dann gibt man ein bisschen mehr Zink. Man kann auch die Kapseln aufmachen. Also wenn sie mal mehr brauchen, dann sage ich den Eltern, dann schütten sie es bitte über das Essen drüber. Das ist einfach die Kapseln aufmachen. Das Essen ein bisschen aufsättigen mit Nährstoffen. Auch ein gutes Omega-3-Öl. Die gibt es ja heute auch mit einem natürlichen Zitronengeschmack zum Beispiel. Übers Essen drüber, in die Salatsauce rein. Jeden zweiten Tag, das reicht ja schon. Also man kann da wirklich mit wenigen Mitteln sehr viel erreichen. Vitamin D-Öl, einfach über das Essen drüber, zwei Tropfen, gar kein Problem. Ja, also mit wenig Aufwand vielleicht schon viel Erfolg auch erzielen. Und wer sich eben da für diese tatsächlichen Kinderkrankheiten, können wir, jetzt trifft das ja eben zu, die Bezeichnung. Und wer sich da nochmal näher interessieren möchte, du hast ja auch zusammen mit deiner Frau eine Akademie gegründet, wo ihr zusammen auch eben den Mitgliedern all solche Informationen nochmal bietet. Genau, da gehen wir natürlich ganz gezielt und auch viel tiefer noch auf die einzelnen Themen ein. gegliedert in einzelne Themen, ganzheitliche Medizin, auch in Form einer Community, im Austausch, auch in Form von einem Akademie-Team, zu dem auch du gehörst, lieber Klaas, natürlich darf ich hier erwähnen, mit Live-Zooms, Live-Webinaren und so weiter. Das ist also eine gute Sache und ich bin sehr froh, dass wir diesen Schritt gewagt haben letztes Jahr und diese Akademie gegründet haben. Also das finde ich eine gute Sache. Und da werden auch häufig Fragen gestellt. Also da werden, ich beantworte die ja jeden Morgen hier, ich schaue immer dann den Computer und beantworte die Fragen und die kommen möglichst schnell und es werden auch häufig Fragen gestellt, hier mein Kind hat oder dies oder jenes. Und Kinder kann man relativ leicht behandeln, das ist wichtig. Viel leichter als jetzt, besser als die meisten Erwachsenen, weil die haben eine bessere Regulationsfähigkeit. Da kann man auch mit der Homöopathie auch noch viel machen, einfach, da gibt es also, wenn ein Kind zu mir kommt, egal wie alt, ob drei Jahre oder zwölf Jahre, sage ich, hey, bitte, freue ich mich. Sehr gut. Das verlinken wir auch auf jeden Fall, diese Information. Karl, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, lieber Klaas. Ciao. Ciao.